Zurück! Der einsame Dachl bei Seven Toastai. Wir ziehen uns in einem Bumper. Wir ziehen heute Tromplet um. Das war in der letzten Folge. Wir waren in der letzten Vorbereitung dafür. Jetzt ziehen wir um. Mit allem was wir haben. Hm. Unsere Wellness ist auch. Für Nacht etwas anstehen. Nicht darauf. Nur denke ich. Das waren auch Putschmittel. Hm. Schaut doch mal. Schaut nur reingucken was da drin ist. Ich muss schon merken. Muss irgendwie... aber noch. So. Jetzt mal das was zu essen ist. Da rein. Dach Tupfer rein. Wie. Ja. Äh. Der Duell. Da rein. Da rein. Da rein. Schmerzen. Jetzt. Weil ich nicht genug Benutz bei hab. Was ist das? Das. 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 auch hierbleiben auch hierbleiben einen Schritt einschmelzen so richtig rum auch hierbleiben auch hierbleiben 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 drehen wir schon etwas mit nee ok das ist 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 hier nicht so oft mehr laufen. Ja, dort für die eine Nacht da ziehen wir noch einmal und uns ein anderes Haus dort verstecken. Jetzt ziehen wir uns hier rein über die Nacht die 14. Nacht und das wir jetzt drücke ich wo hier in der Nähe gefällt ist und wir Räume füllen mal gucken, wenn die nächste Wanderhunde tut. Hmm Hmm Oh 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 Das ist gut. Es ist 2 drin hier. 1 Magos. Mal schnell wandern, wo wir hinmüssen Geht's los hier Geht's los hier Geht's los hier Oh, hier oben bin ich Nuss zu wollen Hm, gute Farbe. Hm, was würde ich loswerden? Das wäre mal das. Das. Da kriegt auch nichts. So. Der nächste tut dann noch die Fakten mitnehmen. Die hätte ich natürlich nicht mehr. Außer im Obergeschoss. Das lassen wir dann noch ein bisschen beleuchtet. Und da müsste ich neu werden. So gut, Philipp. Hm, passt. Das passen wir mitgehabt. Ja, da habe ich noch was zu tun, wenn ich die ganze Stadt hier luten will. Ja. 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 Warte mal, muss ich jetzt noch woanders hin? Das auch? Hm. Hm. So, das da, das da rein. Das ist der rein. Verschiebt. Und die Darkroom. Und hier rein. Das sieht ein bisschen hübsch aus. Noch nicht schönes Wetter mehr. Ja, dann haben wir ja in dem seit sechs Stunden 10 Uhr und 12 Uhr gebraucht. Hm, hier fett. Mehr autosluften. So, hier können wir ein paar Pfeile herstellen. Oh mein Gott. So, drehen bitte zum draußen sein. So, wieder rein. Oh nee, das brauchen wir nicht. Ähm, das brauche ich auch nicht mehr. Im Bett brauche ich auch nicht mehr mit Schlitten. Warum weiß ich alles von Berechtung. Nicht mit. Nicht mit. Ja, irgendwie. Und hier. Ah, die FPS sind ja auch noch gut. Ich frage gucken in welcher Nachbarschaft gleich die Bäume weg sind. Ich frage, ich weiß, wo wir jetzt mal eintaufen. Hm. Nichts für zwei Dosen. Oh, okay. Okay. Ich frage, ich mach jetzt ab für die Türs. Ich frage, ich frage, ich frage, ich frage, ich frage. Ich frage, ich frage, ich frage, sicher nicht mehr, ich frage, jetzt habe ich wegge SQL Constitution, zumindest die 50τόlerin zu weg. Zweite Mission Die Bauteile Für das Fahrzeug Steppe Tafel 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 Hm Der Star Axe nehme ich mit Ähm Die 1x1 Tafel mit Mein Stein nehme ich hier mit Hm Zum Bauern 4.000 Schicken nehme ich hier mit Mal gucken wie viele Bücher noch essen So Geht Uff Uff Hier die Hände Tafel Tafel So Nicht nur Feuer-Aids Dann sehen wir uns zur nächsten Folge Bis dann